Roman, wie sehr hast du es nach der letzten Saison gerade eben genossen, den Derbysieg hier zu feiern? Ja, sehr. Das ist etwas ganz Spezielles, auch nach vielen Jahren, auch nach dem 20. Derby. Hier auf Scharke zu gewinnen, das haben wir uns gemeinsam verdient und gemeinsam auch mit unseren Fans. Musik Musik